Weißt du, welches Tier die größten Augen der Welt hat? Und mit groß meine ich einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern und eine Linse, die so groß ist wie eine Orange. Es sind tatsächlich Riesen-Kalmare. Aber wieso brauchen die da unten in 1000 Meter Tiefe so große Augen? Ganz einfach zum Schutz. Denn dadurch erkennen sie ihre großen Fressfeinde, die Pottwale. Die erzeugen beim Schwimmen nämlich eine Strömung, die Plankton zum Leuchten bringt. Und das können die Kalmare schon auf einer Entfernung von über 100 Metern erkennen und dann schnell flüchten. Übrigens, die Augen von Blau und Pottwalen, die in Sachen Körpergröße deutlich überlegen sind, haben nur einen Durchmesser von 6 bis 10 Zentimetern. Wenn dir unsere Tierfakten gefallen, lass uns gerne ein Herz da.